Tja, liebe Freunde, ähm, nachdem in der letzten Folge am Ende am Ende mein PC abgeschmiert ist ähm, machen wir einfach mal hier weiter damit ich erstmal überfahren werde Toll geil, kann ich jetzt auch einfach den geben den hier nehmen den kann ich tatsächlich den will ich aber nicht Denk mal der wird aus Au, ey, ey, halt's maul Dankeschön so also, nachdem mein PC letztes Mal abgeschmiert ist ähm, habe ich mich jetzt WTF, habe ich mich jetzt dazu entschlossen ähm, GTA vorübergehend erstmal nur auf Full HD zu spielen bis ich meine neue Hardware habe und alles und bis dahin ist es auch für mich eine etwas, äh, eine etwas schlechtere Grafik und man kann es trotzdem noch wunderbar erkennen also, man kann nichts sagen gegen die Leute und ich denke, dass es jetzt mal ein bisschen nicht mehr schnell wird ja und, ähm ich habe es auch geschafft hier mit dem, den Controller anzuschließen also, der letzte Mal im Controller zu spielen right up here, homie I'm about to go nice and slow for your bitches so aber ich weiß ja nicht, ob ihr meinen Plan gehört habt, oder aber oh das ist aussteigen, okay ähm wusste ich wie kann ich denn schnell laufen, so glaube ich warte was ist jetzt du da Franklin Looslammer okay wusste ich restart, ja auf jeden Fall weil, ich muss ganz kurz gucken das hätte ich vielleicht davor gucken sollen aber aber on foot nein in vehicle okay Hunt break exit vehicle ähm oh Gott, wie heißt denn das auf wie heißt denn das hier toggle special ability okay das brauche ich hier auch total special ability äh pfff 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 Ah, okay, okay, alles klar. Ich kann mich da einsteigen. So. Okay, mit rechts kann ich halt so... Das Cabrio-Dach hoch. Alles klar. Drücke B, wo ist ein B hier? Ups. Was ist das? Was? Die Yellow Bar... Press left and right together to activate. Oh Gott, ich muss beide gleichzeitig drücken. Oh je, wie der ist. Oh, hm. 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 Ja, hoffe zu vibrieren. Ich werde noch mal hier draufhieren. Scheiße! Ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Nein, 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 nein! Ich bin mir aus dem Weg. Ich bin hier, huh? Down this dirty motherfucker. Uh-huh. This meant to be your shit. Hey, screw you too, homie. Oh. Hey, watch out. Fuck. Warum nicht so viele Kurs? Hä, wo zum Fick ist Handbremse? Keep up, homie. Whatever, homie. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, homie. Äh, äh, so. Ach, da ist Handbremse. Oh, Gott, das muss ich umsetzen. Ich bin gewohnt, dass Handbremse auf A ist. Oh, Gott. Yeah, yeah, yeah. Oh, Gott. Ich bin ein so viel Gebern. Oh, Gott. Oh, ich bin ein junger. Gott, ich bin ein junger. Und ich bin ein junger. Hey, bremst mich doch n***a aus. Ja, ich bin vor dem da. Hey, I'll see you at the dealership. Explain that s*** my ass. Oh, bist du ja? Ich weiß nicht, wie ich jetzt mal gesehen habe, bin ich gleich so. Oh s***, oh s***. Ich mag das schon. Was? Oh. Komm schon, kippt raus. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich jetzt mal abgehängt habe. Egal, fahren wir hier lang. Ich kann nicht hängen bleiben, Mann. WTF einfach. Was? Wir haben die mich wieder gefunden. Die scheiß Wichser. Ich muss die Handbremse umsetzen. Lass mich die Handbremse umsetzen. Wie kann ich das umändern? Kann ich das gar nicht umändern oder was? Ha? 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 Game... Kolib... Ne. Ähm... Drive by... Ich mag das... Ich mag das... Ich mag das... Ich mag gern... Es umändern, wenn es geht. Ich mag die Handbremse umsetzen. WTF? Ha? Nein, nein, nein. Aircraft? Nein, Vehicles. Ich mag die Handbremse umsetzen. 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 Okay, kann ich irgendwie nicht. Na gut. Das macht. Muss ich mitleben. So, wisst euch. Scheiß Polen. Scheiß Polen. Scheiß Polen. Scheiß Polen. Scheiß Polen. Ach, ich bin so! Ich hab die. Spaß! Ich bin so! Scheiße, das ist nach oben. Wie zum Fick haben sie mich jetzt gesehen? Ich glaube, das war nicht so gut. Sehen die mich? Nein, 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 nein. Oh, wie geil. Weasel Deez. Devin Weston profits from Congress's decision to allow Meriwether Security Consulting to expand domestic operations. Der Pissdok. Wie zum Fick! Wie zum Fick haben sie mich da jetzt gesehen? Wie zum Fick haben sie mich da jetzt gesehen? Weston announced his fund had taken an 11% stake in Meriwether. Percival, meanwhile, was happy after defeating a government plan to outlaw the expansion of Meriwether's domestic operations. Expect more privatized high security firms to begin domestic operations as the war on terror continues to rage. Gang crime is on the rise, and Politicians are believing lack of media by Richard has sensationalism for the recent fall in the popularity of gang movies focusing on both african-american and hispanic stream. Öffnen. Okay, gut. Okay, gut. Gangs has led to a rise in gang violence, experts warned yesterday, as people no longer had movies to warn them of the danger of making bad choices. So, mein gut aussehendes Fahrzeugweg geht da hin. Ach, 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 ach... Ach, 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 ach... Ich muss mehr einfahren. Ein Korr, hallo... Ja, hm hm. Ich bin sehr gut eingefahren. Ich versuche, dass der Topf da besser geht Okay, ne, das ist das Auto, mit dem kann man nicht mehr fahren Alles klar Ich bin Karl Kelley. Markets were volatile as the Ballsack Index Ich verstehe dich, bro. Du bist ein Rassist und ich nicht mag dich. Und ich will nicht diesen Rassist kaufen. Ich will nicht. Du machst mein Gesicht schlau, du Neo-Nazi. Hey, du bist alle die gleiche. Du bist ein Rassist. Das Rassist insultiert mich. Hey, wassup, Bo? Was du callin' ein nigger? No, no, ich nicht callin' niemand ein nigger. Wait, what the fuck? I mean, n-word. Das ist nicht cool, Mann. Ich sehe das nicht. Du bist richtig, und du musst es richtig halten, denn dieser Mann hier ist ein internationales Unternehmen, ein Multiculturalist. Das hätte ich nicht besser gesagt haben. Aber wirklich, vielleicht ist er nicht ein Rassist. Aber ich glaube nicht, dass er genug ist für ein Auto wie dieser ist. W-wait a second. Ha, 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 ha. This guy right here? Him? Get him a Hy- That's a real man's car. Ha, 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 ha. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Uh, sure. Okay. How about we fall through, homie? Excellent. Now, listen to the quality of the stereo. Is he getting one here? No. No. No way, man. Compaq? I'm a high roller. SUV guy. Oh, our car. Each player of gas has their own unique vehicle. Oh, okay. Oh, sorry. Oh, sorry. Cooler sound. Cooler sound. She grown. Yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Oh, mad for the penis. That's exactly how I like my women. So. Where do I go? Here? Man, shit. It's good to be home. In California.